hallo leute und ich darf euch begrüßen zu einer neuen folge tot bei tageslicht und das leute war tot bei tageslicht bis zum nächsten mal das war übrigens das kotwort das öffnet alle türen sie das ist entkommen nein ich habe es einfach ein einfach quasi nichts weder sie noch von uns ja es ist es ist auch nichts toll toll nicht okay machen wir den ganzen kam noch mal es bleibt aber in der begrüßt bleibt aber so ne oder klar ich weiß halt nur nicht ob ich das jetzt drin das so oder ob ich ein schnitt mache oder ob ich jetzt dass ausstelle das constantis raus schneiden muss ich weiß ich spreche ich weiß das hört sonst nicht mehr auf ihren muskeln auch mal raus schneiden scheiße das hat so eine ewige schleife die wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wieder unterliegen und im Leben dann wieder und dann wieder unterliegt ich glaub ich schneidere durchdacht so sich holt er war ein 11 ich will nicht die einzige und das einzige Weib sein Uhr ho ред vor allem das Schläuze , er hat das mein Bruder anderen da b Prozent ich bin dort steckt auch willkommen bei der Torwart und weil wir konnten nicht eine Sekunde lang nicht hören das war das Paradies Nein danke und nun Leute wir kommen zu Tod bei Tageslicht 2 der zweite Versuch die Rückkehr klingt auch sinnvoll ja keiner weiß ob wir im ersten Teil die Nacht überlebt haben oder nicht vielleicht ist die Nacht die immer noch in dem Fall leben wir es ist Schrödingers Tageslicht es gibt doch Schrödingers Katze man weiß nicht ob sie tot ist oder nicht es gibt doch diesen Versuch man tut eine Katze in eine Kiste und da tut man auch Gift rein und man weiß nicht wann diese Ampulle von Gift aufgeht also das heißt man weiß nicht wann die Katze stirbt also die Katze gleichzeitig tot und lebendig das ist gleich wie hier bei uns wer ist es ich habe Einspruch wer ist es ich weiß es nicht aber ich habe Einspruch ich höre ihn aber du konntest ihn hören ich konnte ihn hören ja ich gehe zwei Schritte plötzlich schon die Killermusik welche Musik ne die normale Killermusik das Pochen es ist es etwa mal is it real 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 you love Alter das geht doch nicht ich laufe zwei ich gehe zwei Schritte oder drei es ist egal ey du bist in meiner Nähe nein warte mal du bist in meiner Nähe wo ist der Killer ja ich habe es nicht mehr gehört keine Angst ey aber du bist sicher dass du mit mir zusammen einen Generator machen willst ja manchmal siehe die letzten drei Folgen ey das hält mich jung dieser Atendalinkick und das war übrigens meine Schuld grad obwohl ich eigentlich drauf war wir machen weiter ich ziehe ihn jetzt durch ja aber ich war eigentlich drauf also ich war auf dem Strich ich bin auf dem Strich gegangen ok ok und es wurde halt nicht gezählt ich sehe schon den Hexen die Hexe Jenny ich mag die Jenny viel lieber als die Meg es ist der Wallensteller jaja 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 das ist doch euer Ernst alle rennen fallen rein aber der hat ne neue Musik das ist ja auch gewohnt ich wollte auch die wurden in der reine gepasst warum zugleich nicht mit meinem Arsch im Rücken von deinem Bruder ernannt es hat ja ein anderer es hat 6 6 6 7 und 6 6 macht hatte ich an ich weiß ja nicht wie ihr Frauen da reagiert ein Klappesilten knackigen Hintern und schon Prozent bespringt die Tee und so auf er ist Kuschel die ganze Zeit mit mit Mike was du dich an Hernando ran die Kinder hat der Halloween-Augen vielleicht nichts daran nichts weiter in den Augen dass man auch neue Musik hat aber es kann doch sein da war mein Bruder halte ich gerade dann halte ich den anderen damit er hat aber ich finde wir kommen gut voran weil ich habe die Kinder auch bei mir oder Naja spielen mit dem der braucht Auslauf okay ja ich gehe aber nicht hin der Mario der Spaß übrigens erst am Haus ja ach nee er sei im großen glaube ich bin und kommt ich glaube es das das glaubst auch nur du eure Hilfe ja ok ich war wie soll ich das jetzt beschreiben ja ich wäre kein wenn wir einen Kompass hätten ich bin in der Nähe eines Tores also ich bin am Rand du hast vorne in der Nähe noch von dem großen Haus ja aber dann war ich auf der anderen Seite ja auf der anderen Seite also das ist doch an einer Ecke das große Haus oder ich weiß es ich muss gut gucken aber wer ist es näher an der einen Wand als ich gerade bin ich bin da gerade an der anderen Wand okay so wie ich es erkläre klingt das scheiße ich bin gerade ich renne gerade am Haus vorbei an der Wand lang ja ich komme gleich entgegen ich bin gleich fertig mit meinem Generator am besten halte Abstand halte Abstand es ist zu gefährlich war der Generator oh ne das ist dieser Generator okay laufen wir hier so lang am Haus ja ich darf hier mal so entlang hier genau hier ich stelle mich einfach hier in die Ecke wo das Haus hier ist wo bist du ich bin beim großen Haus du musst auf eine Mauer zu laufen auf irgendeine ich müsste dich auf beiden Seiten vergiss es hey stop 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 hast mich gesehen nein ich bin auch hier an der Ecke ja hier bitte und dann gehen wir dahin wo ich herkam ich muss es raus schaffen ich bring dich hier raus folge mir wenn du leben willst danke mein Herz warte 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 Knie 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 da hinten war der Killer ganz hinten war der Killer folge mir wenn du leben willst na ganz hinten war der Killer da du hast ja immer noch rum nehmann Attacke da brennt irgendwas auf dem Boden ja entschuldigung ich wollte ihn ablenken bald Brand ich dachte er hat Angst vor Feuer aber wir reden gerade genau in die Rechnung des Killers ja der wird uns am wenigsten vermuten ja der wird uns am wenigsten vermuten logisch Vorsicht Raben der denkt schon hat er würde niemals auf einen Frontalangriff mit einem Frontalangriff würde niemals rechnen halt mich mal in der Deckung oh nein mach das Tor auf mach das Tor auf der ist gerade dann wahrscheinlich am anderen Tor ja ja das ist ja nicht 10 auf dich wie weit bist du zur Hälfte offen lauf schon mal dagegen ja es ist fast offen 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 das ist ein paar Warten wo kann nein keine Gruppe Herrschel Worte 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 vielleicht ist ja auch darauf Worte 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 R es ist aber ein Rapport ein . wirklich so toll geschafft hier Leute ihr könnt ihr seht da das Erwachen der Klinik welches ist es bis jetzt aus dem Motto was das macht ich hätte gerade erwartet ob auch genau ich dies nicht auch wenn er jetzt gleich beendet dann hast du keine Punkte bekommen okay ich freue mich ich muss auch gerade die 8 Prozent Prozent so wichtig dass es dann auch so rumlaufen aus Prinzip okay dann haben wir das jetzt auch schon mal geklärt ja dann geht es jetzt weiter mit Teil 2 krasser jubel und endlich nach langer Zeit ja was sehr sehr okay das Blutnetz kann ich später nochmal bearbeiten ähm nach sehr langer was Zeit warte 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 ja was willst du mir sagen was ist es nicht mehr mehr ich habe die Bar schon weggenommen das kommen die Lobby nach sehr langer Zeit kann ich sämtlich wieder tun sie wird wieder mein Level 30 wuuu waaaaaah wenigstens wird das Level nicht zurückgesetzt wie jeden Monat der Rang gesetzt wird das fängt so ab mittlerweile ja ja ich weiß auch nicht warum das gemacht wird was das für eine Zwecke haben soll weil Charakter Wipe halt eben das ist ein modernes Spiel heutzutage so das ist behindert ich bin nicht behindert dann sag ja nicht dass du behindert ne ja ja ich sag das auch warte warte ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich kann auch jetzt endlich wieder Opfergaben reinpacken ja gute Idee warte drück noch nicht auf fertig drück noch nicht auf fertig drück noch nicht auf fertig ach ich verbrenne jetzt mal wieder die braunen Dinger du bist aber ziemlich braun hinter den Ohren es ist mir egal bereit ich habe alle Blut all diese Bonus Blutpunkte Sachen raus weil ich Style hab nein weil ich kann so mal gucken was wir jetzt im nächsten sind sie so weit ist ja noch was auch stimmt da war ja noch was ja drück mal ja ich bin bin jetzt sehr keine Ahnung mehr machen noch fertig klicken immer wieder bis auf diese Weiber das tut mir leid immer warum weib achso ich bin nicht mehr war es bis jetzt und wo bitte schön ist mein Kreidebeutel hin warum war er nicht mit dabei du musst dir der Dinger natürlich auch auswählen das habe ich gemacht es könnte sein dass ich durch das draufklicken ist ausgewählt habe also als nicht mehr drinnen hatte oh ok egal baubau baubau was uns die zweite Runde bringt und wehe es ist Michael Meyers ich schwöre dir nicht ich habe jetzt diesen wieder immer mit meinem Charakter auch diesen Pölk drinnen womit ich die Typen orten kann das heißt ich kann auch Michael Meyers orten um je so nicht mehr bringt müsste den Typen und GPS einpflanzen okay die Reparine Generator aber irgendwie mal so fallen für die Kinder oder so machen sie nicht nur dass er sogar gewöhnt zu fallen machen feinstelle für Opfer hättest es ist mädchen hat auch wirklich was ist verhaftet und es war kein oder beides was verkackt ist Michael wir die Kiste lösen hat er dich und er hat mich abgelegt das ist nett okay ist er bei dir? nö ich weiß nicht ob es Gruppe wäre jetzt nach oben zu gehen ich gehe jetzt auch wieder in die Ecke wo ich gerade war mit der Kiste weil der Weg dann wieder länger wird für ihn alles andere wenn ich nach unten gehe ist ja nur besser für seine Haken ich sehe er ist am Haus er läuft da rum mein Bildschirm wird langsam immer roter äh ok das ist ja mal ein geiler Nebeneffekt ah, sag ich mir nicht voller Blut oder was? das Ding würde ich ja gerne holen aber das ist eine Falle der ist am Haus noch, der wartet, der lauert ich genieße meine Zeit also muss gleich nur einer hochkommen und mich kurz anbitten ich warte erstmal hier, ich warte bis die anderen ja, hier die die anderen kommt rein, die anderen kommt rein, ich weiß nicht wer das ist ja, der ist bei mir hier oben der Killer? ja also ich bin hier vor dem Haus ich warte aber ein bisschen bis die anderen mal was machen vorsicht, 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 achso wer oben das ist ich bin vor dem Haus ja also einer war jetzt oben, der Killer auch ich weiß nicht wie die jetzt reagieren ähm, frage ich, äh, ok ähm, wie viele sind eigentlich, laufen hier rum, siehst du das eigentlich? 2 2 oder 3? 2 2 oder 3, ich hab's immer noch nicht verstanden 2, 2, 2, 2, mit, mit Z wieso? ich bin hier oben, liege hier oben, rechts ich weiß, ich weiß, der warte aber kurz, ok der läuft hier noch um, ich warte ja, ich, ich brauch nur einen Hit toll, jetzt weiß, dass ich da bin der ist bei dir, ne? nein, der ist unten ach, die Kiste hast du schon geöffnet, ne, ne, hast du nicht ich hab die Kiste jetzt geöffnet ja, ich wollte es aber, ja, ich wurde ja weggerissen Chris, er ist, er ist alleine im Haus mit dir äh äh ich babys, ich, ich probier dem anderen zu oh, shit, 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 shit Alter, wie schnell ist der Typ eigentlich? und ich werde jetzt runter, ich werde bestimmt runter gegangen warum ich, warum ich, du mieses Schwein, du mieser Wichser und aus dem Grund wollte ich dich eigentlich nicht retten, Arion ja wir werden hier gerade geheilt ich probiere mich zu rächen zu rächen ja ich versuche hier zu brechen wo ist der ich weiß nicht ich höre noch ich sehe ihn ja das war halt selbstmord aber wenigstens kommst du vom haken runter und um danach zu sterben es war selbst es war selbstmord komm her er geht weg okay willst du mich heilen ja wo bist du ich meine sie sind auch nicht auf mich kaputt schafft man das bevor er jetzt unterkommt ja komm hau wir ab warte warte du kannst die kiste durchschulen aber ich gehe erstmal hoch wer blüfft wenn wir beide da unten haufen ich gehe wieder hoch er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er ist da wo ist er genau ich weiß nicht nein ich bin ganz oben jetzt ja ich bin da oben er sucht dich er sucht dich er weiß nicht dass du noch hier dass du weg bist okay ich warte noch mit dem generator versuch hochzukriechen also du kannst abhauen weil er sucht hier unten alles versuch abzauern ja ich kann jetzt machen der hat mich ja da richtig hänge jetzt aus alles probieren nein also ich höre ihn nicht mehr ne ja das ding ist er hat ja diesen schleich modus ich weiß nicht wie schnell er immer aktivieren kann aber da habe ich noch eine hälfte und ist der space modus beginnt ja und dann rennen wir hoch ganz nach oben glaube ich ganz oben glaube ich eine scheiße Idee oder ich renne einfach weg ja rechts ich wollte dass wir hier in die wand ja 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 war gerade eben aber ganz ehrlich ich finde diese Runde spannend ja Prozent gehen wir nach dahinten noch da dort dann wird zwei generatoren die machen dann können wo er kommt er kommt er kommt wenn die Räschung gut ich habe er hat ich habe direkt erkannt so weit und dies hat ausgeschlagen ja 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 verfolgt sein sehen sie müssen auch gott ist auch vor der Beifel mehr Bitte verfolge, geh nicht mich Bitte verfolge, nein Nein, nein Wichser, Wichser, Wichser Nein Das gibt's doch nicht, warum, warum mich Ich war vor dem Typen, warum hat er nicht den Typen erwischt Warum mich Wie lange kannst du noch hängen Ich komm noch in die zweite Phase Das ist so unfair Ich bitte häng hier, Dreck am Haken Okay Das ist wirklich unfair Der hat doch aufgeladen, ich warte noch ein bisschen Ja, es ist weg, es ist weg, es ist weg, es ist weg Es ist weg, es ist weg, es ist weg, es ist auswärts Ich komm, ich komm Hier kommt alle drei Maren hat mich mehr lieb als ihr Ich geh wieder an den Baum, wo ich gerade war Ich geh erstmal ganz weit weg Aber das war jetzt wirklich mies Ich hoffe, der Typ folgt dir, um dich zu heilen Oh Gott, oh Gott, er ist immer noch... Oh Scheiße Okay, er hat den Steven Okay, Zeit für den Generator Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich Okay Ich werd von... Oh, Christina, oh, oh Von Steven Aguilera Oh, 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 Christina, oh, oh So Ja, halt Okay, wir haben unseren Pass fertig Ich hab ja auch einen zur Hälfte fertig, jetzt gleich Ich muss dringend wissen, was dahin passiert Er kommt in meine Richtung Ja? Ja Ich muss kurz aufhören Dann versuche ich Steven Zu holen Also ist es noch bei dir, ne? Sag, wenn... Ich weiß es nicht Okay Ich muss es riskieren Für Steven Okay, okay Bei dir? Ich hab ihn ganz kurz gehört Dann wieder nicht Kacke Oh Okay, mach schnell den Generator fertig Bei dich Ja, dauert wieder ein bisschen Okay, ich renne zu dir Dann renne ich wieder zu Ja, okay, kein Problem Ich... Generator ist fertig Okay, mach das Tor auf Bei dir Ich mach das Tor bei mir Bei mir dann auf Er kommt zu mir Er kommt zu mir zum Tor Ne, doch nicht Er hat irgendwie einen anderen Ja, mach das Tor auf Mach das Tor auf So, ich, Christina Mach das Tor auf Scheiße, scheiße Okay, wir kommen zu dir Wir kommen zu dir Eine Hälfte ist fertig Ja, wir sind eh schon tot Bevor du kommst Bevor du... Beide sind Aber vielleicht... Also einer von uns schafft es Ah, nee, Steven Rennt ihr zum Tor, oder was? Ich weiß nicht, wo sie hinrennt Ich versuch's, dieben zu holen Warte, mach schnell Fuck Ich renne gerade... Ich bin gerade am Kinder noch vorbei Die wird tot sein Ja, ja, ich renne gerade zum anderen Tor Ich renne auch in die Richtung Mal gucken, ob man irgendwas macht Nee, der hat sich zum Ausgang gebracht Okay Das mag ich nicht, wenn die Plätze lieb sind Warte, ich versuche dir nicht zu... Ich versuche dir jetzt was drüber zu heilen So, beide Tore sind offen Und ich... Ich kann jetzt schlecht die Luke erklären Also ich weiß nur die Luke So, ähm... Ja, kein Problem Ich heil dir jetzt und dann können wir raus Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Steven, geh weg Steven, hau ab Steven, hau ab Steven, hau ab Steven, renn, 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 renn hier hin Ah, ist die Inflanzigkeit Also wenn ihr abhauen könnt, dann haut ab Wir können auch... Ja, ich halte jetzt noch Wir sind am Tor Wir sind direkt ruhig Ja, haut ab, haut ab Ich bin durch, die andere steht da, die macht nix Ja, die warten jetzt beide auf... Ne, okay Ja doch, die eine ist weg Ja, ja, der andere auch Der andere auch, Christian Boah Alter, wir haben es einfach alle geschafft, geil Und du hast gegen den perfekten Michael Myers Ja Alter Also das war jetzt wirklich... Na guck mal, die bedanken sich alle Ja, ja Komm, ich auch Guter Mann Also das, das, das sind Runden, die ich mag Also der Killer war gut Der war ja, der war hartnäckig, ne? Ja Und... Er hat nicht wirklich... Also gut, der hat ein bisschen gecampt, aber... Ja, komm Nicht bei den... Nicht bei den... Wollte ich es grad sagen Also nicht bei den, ähm... Leuten, die aufgehangen haben, die er einfach nur so erwicht hat Das, das ist okay Ey, guck mal, ey, guck mal gar nicht, ich halte so mit dem War das übrigens schon Folge 2, also Hälfte 2, oder? Ähm... Äh, ich weiß nicht, ich glaub nicht Scheiße Die schreiben... Die sind alle irgendwie Leute, oder? Ja, ja, ja Ah ne, warte mal Ich... Ich glaub das ist schon die... Ich nehm mir grad... Jetzt ne halbe Stunde auf Das ist glaub schon die zweite Hälfte Ja, dann wird das schon die zweite Hälfte gewesen sein, okay Ähm... Warte mal... Ähm... Na... Lass mal ein bisschen Eigenwerbung hier auf dem... auf der Seite Ja, klar Ja, das ist ja... Ja, klar Ja, das ist ja... Ähm... Jep... Sind die gerade nur Deutsche? Jep... Jep... Schillig Ich glaub die anderen sind schon raus Ja egal Ob muss ich ja mit dem Schreiben, das gehört dazu Ist auch mal nett, so ein bisschen was zu schreiben, ne? Auf jeden Fall Ich würd sagen, dann gehen wir jetzt, ne? Ich schreib noch dann tschüss Kommt auf die Hütte Kommt auf die Hütte Warte, 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 voll die dreckige Eigenwerbung Ah, ich kann ja nichts einfügen Ach so, muss ja Geht nicht, ne? Ich kann auch nicht link einfügen Warte mal, schick mal Freundschaftsanfrage Dann können wir dir ein Link geben So, und jetzt Leute Warte, warte, warte Ja Sie magst du Und? Jetzt 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 mal Weg Bis Dann Ma Warte Gut Ich glaub mit dir, da können wir vielleicht was wegschneiden Ja, kann man denk ich mal schon Ja, ok Ok, an dieser Stelle dann jetzt auch von mir nochmal Danke fürs Zusehen Leute Wir haben's endlich mal geschafft Vor allem ich bin sehr stolz auf mich Ich habe endlich mal Generatoren geschafft Und bin erfolgreich entkommen Jo Das ist mein Wort dazu Mein Wort zum Samstag Ok, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Jo, ciao Tschö Tschö